Es wird doch ein heidenchaos später. Ich seh das, oh, Knochen von Tom. Ich seh das jetzt schon kommen. Wir räumen so weit den Dungeon frei, bis ganz nach unten und ganz unten müssen wir irgendwas machen, wofür wir alle Talismane brauchen. Und dafür müssen wir jede Quest beenden und dafür müssen wir den ganz zurücklaufen und jeden verdammten Zettel nochmal durchlesen. Oder Gespräche von NPCs im Kopf behalten haben, weil die ja nicht aufgeschrieben werden irgendwo. Oh, das ist ein Koppel und kratz dich am Kopf. Hey du, guck, guck, ich spring dich mal an. Dank. Ja, jetzt sind wir im Wasser. Ich glaube, da kommen wir doch. Wir können im Wasser nicht springen. Dazu müssen wir Wasserwandeln machen und da habe ich jetzt nicht so eine Lust drauf. Okay, dann erforschen wir das Wasser. Dann werden dabei von Tentakel Dinger angegriffen. Ja, jo, plural. Oh, warte mal. Also hier können wir hoch? Ja. Aber eigentlich würde ich ganz gerne gucken, was da unten in dem Ding drin ist. In dem Büro, ob man da durch kann. Ne, kann man nicht. Okay. Jo, weg von den Tentakel Dingern. Die sind giftig. Boah, sind das viele. So. Oh, wir haben gar keine Magie. Also wir können gar nicht Wasserwandeln. Weil wir auf der ganzen Ebene noch nicht zaubern dürfen. Wow. Okay, das war knapp. Das war schon mal eine sehr interessante Etage. Mit Jumping, Puzzlen und was weiß ich. Wir wollten aber eigentlich nach Südosten, richtig? Ah, sind wir ja auch. Sehr schön. Sind das jetzt die fluchten Minen? Tür ist abgeschlossen. Nein. Ich hoffe mal, brauchen wir jetzt nicht irgendwelche Schlüssel aus der dritten Etage, die wir oben haben liegen lassen. Wo ist die Decke? Weit genug oben. Okay. Wo ist die Kante? Da. Shift J. Wow. Okay. Karte. Tür. Da ist noch ein Übergang. Wart mal. Genau, da war der Goblin. Ich hoffe mal, der Goblin steht jetzt nicht mehr im Weg. War das die richtige Ecke hier? Hopps. Tank. Einmal rum. Oh. Hier ist falsch. Noch zu helle, weil er Goblin. Hier hoch ist wieder die Tür. Nee, 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 nee. Hier war das nicht. Wir würden gerne da wieder rüber. Shift J. Ah, da ist es okay. Würden wir gerne hier rüber. Und der Goblin ist jetzt ein Stückchen weiter hinten. Und kratzt immer noch im Kopf. Ja. Juni Mo. Zing. Greifst du uns an? Nee, tust du nicht. Sprechen? Kann ich mit dir sprechen? Nein. Hm. Vielleicht greifen wir uns nur an, wenn wir uns mit den grauen Goblins oben das verschärzt hätten. Hm. Hier ist ein Schalter. Und ich mache mal eine Eins hinter, dafür, dass ich ihn schon einmal gedrückt habe. Was ich zwar noch nicht habe, aber was jetzt der Fall ist. Kette ist unten. Kette ist oben. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Lass mich mal durch hier. Oh. Oh. Hallo. Troll. Nicht, nee, nee, nee. Du bist da? Nein. Geh weg. Oh. Wache. Du hast nicht die Erlaubnis, hier durchzukommen auf das Medaillon. Lass mich das Medaillon sehen. Ich habe kein Medaillon. Das sollte hier unten sein, verdammt. Weg, 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 weg. Ja, komm, ihr seid nur Goblins. Oh, das Gift. Ähm. Ja, wir verpieseln uns erstmal. Yikes. So weit wollte ich mich nicht verpieseln. Das Gift ist ganz schön stark. Mist, 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 Mist. Wir müssen unbedingt irgendwo schlafen. Also ja, planen es. Versuchen uns eine sichere Ecke. Schlafen. Bring dann die Wache um. Und versuchen da irgendwo das Medaillon zu finden. Was ich jetzt echt komisch finde, dass wir da das Medaillon brauchten. Vielleicht brauchen wir das überall auf der Etage. Gib mir einen Aufgang. Nein, nicht noch so ein komisches Etackelding. Okay. Nein. Was zur Hölle? Tool shield was destroyed. Ähm. Ja. So viel dazu. Licht aus. Schlafen. Und wir sind im Gift gestorben. Na, wir haben kein Schild. Dafür haben wir wieder Lebenspunkte. Okay, also dieses Jewel Equipment. Das ist wohl besser als die Platte. Aber hält viel zu wenig aus. Ähm. Was machen wir jetzt am besten? Ich habe eine 5. Eigentlich müssen wir zurück zu den Rittern und ein Schild aufsammeln. Weil ohne Schild wird das nichts. Mist, 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 Mist. Also ja. Südöstlich. Nach oben laufen. Dann in die Rüstungskammer von den Rittern. Oh, warte. Hier muss das irgendwo gewesen sein. Ja. Wir gehen jetzt vom Hauptkorridor. Richtung Norden. Gleich wieder nach oben, ja. Ähm. Genau. Also zur Rüstkammer der Ritter das Schild mitnehmen. Dann wieder runter. Also ganz runter bis dahin, wo wir eben waren. Und dann einfach nicht an dem Gift sterben. Das wäre schon mal ganz schick. So, wir müssen jetzt westlich zu den Rittern. Also schon ärgerlich. Also ja. Es müsste eigentlich da unten machbar sein. Ein paar Goblins sind nicht so die Welt. Und dann finden wir da das Amulett und können weitermachen. Ich hätte nur wahrscheinlich vorher auf die Karte gucken sollen, bevor ich heillos einfach irgendwo in eine Richtung laufe. Wo bin ich jetzt? Ah da. Äh, genau. Also ich bin beim Wasser in die falsche Richtung gelaufen. Und da gab es keinen Hochgang, wo wir hätten schlafen können. Hätten wir einen Tick nur vorher geschlafen. Dann wäre es mit dem Gift vielleicht auch hingekommen. So. Rüstkammer. Wir hätten gerne dich. Und wo wir schon mal hier sind. Wie schaut es mit der restlichen Rüstung aus? Helm ist worn. Brustplatte ist okay. Handschuhe sind okay. Beine sind okay. Service over Tower Shield. Ja, der Helm macht mir Sorgen. Zumal wir auch keinen Ersatzhelm haben. Das können wir alles nicht aufheben. Ja. Ich müsste eigentlich jetzt zum Zwerg laufen. Aber da bin ich nicht so wirklich motiviert, muss ich gestehen. In welcher Rumpelkammer ist jetzt der Mondstein? Ich glaube in der hier. Aber gut, hilft nichts. Wir. Werden jetzt einen kleinen Cut machen. Dann laufe ich jetzt hoch. Bis zur Ebene 3. Lauf hoch bis zur Ebene 2. Lauf hier in die Mine. Reparier. Was kann ich mal eintragen? Schmied. Auch wenn ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Laufen dann zum Schmied. Reparieren den Helm. Dafür muss ich unbedingt Gold mitnehmen. Fällt mir jetzt schon ein. Wo gibt es Gold? Ich glaube, wenn man runter ging. Ja, ich würde irgendwo unterwegs in der Rumpelkammer Gold finden müssen. Also dann ganz runter zum Zwerg. Ganz runter zum Zwerg. Da repariere ich den Helm. Und dann werde ich versuchen, dieses Portal-Zauberding zu benutzen, was ich im Handbuch gelesen habe. Mit dem wir uns zurück zum Mondstein teleportieren können. Dadurch dürfen wir einiges an Zeit sparen. Aber ja, ich melde mich dann einfach wieder, wenn der Helm repariert ist. Und wir versuchen, den Zauber zu sprechen. Damit ihr das Ganze auch mitbekommt, falls es da irgendwelche Special-Effekte oder dergleichen gibt. Also ja, dann bis gleich. So, da wäre er wieder. Und wir sind nicht beim Zwerg ganz oben. Sondern wir sind wieder unten da, wo wir gestorben sind. Denn... Es fehlt eine Rune. Also für diesen Gate-Travel-Spruch, mit dem man zurück zum Moonstone kommt, braucht man so ein A. So ein Dach quasi. Und das haben wir noch nicht wirklich. Nö. Das wird einer von diesen vier Runen sein. Schade. Also ja, ich bin dann wieder ganz hier runtergelaufen. Und jetzt müssen wir hier gucken, wo es weitergeht. Also wir können wieder zu den Goblins. Und ich denke, das ist doch der beste Weg. Die Tür müsste jetzt hier offen sein. Aber er meinte im Südosten in den Minen. Okay, jetzt nicht wirklich Südosten, ne? Wir könnten mal darüber springen. Aber ich denke, wenn ich hier springen würde, würde ich umgegen die Decke knallen. Ne, das bringt... Ja, nicht hoch. Oh, flop. Alles mal wieder weg. Gucken wir mal ganz kurz, ob es hier eine Verbindung gibt. Ja, das ist die Verbindung, die wir genommen haben. Also von hier, da, drüber. No, shit. So. Da müsste hier gleich die Tür sein. Und eigentlich müssten wir gleich angegriffen werden. Ich hoffe mal nicht von den Trollen. Die Trollen sind doch ein bisschen... Er hat die Tür zugemacht. Was zur Hölle? Das ist gar nicht so unerwartet. Also ja, drin ist ein Schalt, um die Tür zuzumachen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Computer einfach so die Tür von meiner Nase zuschlägt. Oder dass das überhaupt kann. Aber ja, doch. Eine interessante Überraschung. Also wir nehmen den Hintereingang. So. Hopps. So. Die sind jetzt alle aggro. Samtroll. Okay. Goblins zuerst. Was zur Hölle? Warum bist du immer noch grün? Na schon. Ein Goblin tot, okay. Wow, sind das viele. Und wir sind auch gleich Geschichte. Ja, nee. Wow. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Komm schon. Ich kann ja nicht runterschubsen. Und bin kaputt. Ich dachte, das wären alles Gefangene. Und nur ein oder zwei von denen wären... ...aggressiv. Helm beschädigt, Helm beschädigt, Helm beschädigt. Ist aber noch okay. Exzellent, exzellent, serviceable. Du sowieso. Okay. Das macht das Ganze gleich wesentlich schwieriger. Also müssen wir echt das Medaillon finden. Aber ich denke, selbst wenn wir das Medaillon jetzt finden würden... Aber wir mussten schräg, ne? Und dann gerade runter. Ähm, selbst wenn wir das Medaillon jetzt finden würden, die werden nicht wirklich mehr mit sich reden lassen. Die Chance habe ich, glaube ich, verspielt. Heißt, wir müssen nach und nach umbringen. Ich glaube, ich gucke mich so erstmal rum und gucke, ob ich von hinten irgendwie rumkomme. Also nördlich und dann möglichst scharf nach rechts eine Kurve, um wieder nach Süden zu kommen. Das schaut doch gut aus. Äh, Medaillon. Ich hab kein Medaillon. So, aber das sind wenigstens nur Goblins. Aber dafür sind es viele. Irgendwas ist hinter mir. Nö, doch nicht. Sehen wir es so. Es gibt Erfahrungspunkte und wir wollten mehr Leben, äh, mehr Level haben. Und mit etwas Glück hat ja einer von den Medaillon dabei. Dass sie den Menschen abgenommen haben am Anfang. Komm schon. So, nochmal drei. Ganz viele Ersatzschilder auf dem Boden. Wir sind definitiv zähe, also ihre Kameraden oben. Vier Schläge mit dem Sword of Justice. Das ist übel. Okay, wir treffen uns auch nicht häufig. Ich denke mal, wenn wir mit demnächst wieder einen Skillpunkt bekommen, sollten wir das unbedingt auf Schwerte legen. Auch wenn ich jetzt mal auf meinem Zettel gucken muss, ob wir überhaupt das Mantra für das Schwert haben. Ich glaube, wir haben nur für andere das Kraft direkt. Was ja eigentlich besser sein sollte als Schwert, laut Handbuch. Also Angriffskraft direkt sorgt für die Trefferchance. Und Schwert sorgt in geringem Maße für die Trefferchance. Und sonst auch noch für Parierchance, was wir ja nicht so wirklich brauchen. Was wir nicht so stark brauchen. Dachte ich zumindest bisher immer. Aber jetzt mit dem zerstörten Jewelshield und mit den Two Hits von den Golems und den Trollen. Sollte ich da vielleicht anders denken. Oh gut, gucken wir erstmal, was hier so kann ich aufheben. Du bist eine Wasserflasche? Ja, und gehörst zu einem grauen Goblin. Es ist mir ziemlich egal, dass du zum grauen Goblin gehörst. Wir sind voll. Ah nö, aber kein Medallion. Ah nö, okay. Wir wollen weiter südlich. Abgeschlossen. Nicht gut. Wir brauchen definitiv ein, zwei Schlüssel auf diese Etage. Stonewall, Stonewall, nichts. Bild. Stonewall, Stonewall, Stonewall. Nee. Hier geht es nicht weiter. Wo hier ein Geheimgang? Nein. Oh, das war knapp. Nee. Okay. Dann halt ein anderer Weg. Ich denke, die werden nicht nach Südosten führen. Das wäre irgendwie nicht komisch. Oh, hier geht es zum Wasser. Wir müssen da hin. Das geht nur da durch. Hier geht es zu sehr in den... Oh. Plumps. Hier geht es zu sehr in den nordöstlichen Bereich. Oder war es nordwestlich? Da würde der Magier sein, sollte die Zellen. Das ist nicht so gut. Also ihr habt das Gefühl, wir werden den Hintereingang zu diesem Bereich, wo die ganz vielen Goblins waren, benutzen müssen. Einen Goblin töten. Dann fliehen. Heilen. Einen Goblin töten. Fliehen. Heilen. Und so weiter. Ich muss hier weg. Südlich. Wart mal. Da ist eine Verbindung. Ja, ist. So. 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 Zwischendurch wendet. Ja. Checken. Hopps. So. Genau. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Goblin-Bereich. Nun können wir da nicht rein, weil die Tür wieder zu ist. Okay. Also zickzack springen. Von hier darüber. Von hier darüber. Von hier da hoch. So. Und diesmal bleiben wir schön hier stehen, dass wir im Notfall einfach rückwärts... Das ist ja eine Schleuder. Dass wir einfach rückwärts ins Wasser springen können. Lattenschuhe. Wie hast du das denn geschafft? Der angeschlagene Goblin hat sich verpieselt. Komm schon. Ich muss nur einen von euch töten. Dann kann ich mich zurückziehen. Der Troll kommt echt nicht gut. Komm, stirb, 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 stirb. Ja, sehr schön. Und runter. Weg. Weg, 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 weg. Ähm. Wow. Kein Gift, kein, kein, kein Gift, kein, Gift. Ich kann nicht mal sehen, ob ich Gift habe. So wenig Lebenspunkte habe ich. You are seriously poisoned. Nein. Benutzen. Komischer Trank. Sind wir noch vergiftet? Ja, sind wir. Ja, komm. Bring' mir um. Dauert ganz schön lange. Und Baum. Ein Goblin ist tot. Dafür ist der Avatar gestorben. Um ein Goblin umzubringen. Nicht schön. Echt nicht schön. Südlich. Aber ja, langsam wird's halt haarig. Müssen wir uns dann gewöhnen. Hier rum, da geht's runter. So. Aber ich denke, ich mach jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Speicher ab. Und dann müssen wir uns nächste Folge überlegen, ob wir's wirklich so weitermachen wollen. Wir haben jetzt schon zwei von den Goblins umgebracht. Der Haken ist nur, da sind mindestens noch zwei und zwei Trolle. Und wir haben schon oben gesehen, dass wir Trolle nicht wirklich gut umbringen können. Schon gar nicht mehrere davon, während andere auf uns einschlagen. Und schon gar nicht, wenn wir uns nicht heilen können. Was ja. Da geht's aber allerdings auch nicht weiter. Das bliebe nur da oben. Was uns aber auch nicht viel bringen wird. Denn da oben wird's bestimmt schwieriger sein, als da, wo wir eigentlich zuerst hin müssten. Weil laut dem NPC müssen wir hier unten hin, Medaillon holen und dann oben hin. Ja, ich weiß auch nicht. Na gut, ich speichere jetzt ab und wir sehen uns gleich wieder.